Wir haben uns letzte Woche, Freitag, im Stream darüber unterhalten, ob ich euch nicht mal zeigen kann, wie man sein eigenes Chat-GPT oder GPT-4 programmiert. Die ganzen YouTube-Tutorials zeigen ja nur, wie man die API benutzt, was ihr nach meinen Videos definitiv schon könnt. Wir hatten uns ja schon darüber unterhalten, dass Chat-GPT auf GPT-3 bzw. jetzt mittlerweile teilweise GPT-4 basiert, einem Large Language Model von OpenAI. Und noch gibt es nicht wirklich eine Open-Source-Alternative, auch wenn jetzt das Modell von Facebook gerade gestohlen wurde. Die Gründe dafür sind vielseitig und damit auch die Gründe, warum wir aktuell nicht mal probieren können, eine eigene Variante zu programmieren. Betonung liegt auf aktuell. Der erste Grund ist simpel. Wir müssen die Daten besorgen und hinter Chat-GPT arbeiten wirklich viele Leute, die nur Daten sortieren. Das dauert und macht für mich einfach als eine Person wenig Sinn. Das zweite ist aber noch viel besonderer. Das Training und die Nutzung von Chat-GPT verursachen heftige Kosten. Kosten, die jeder, der KI-basierte Software erstellen möchte, im Kopf haben sollte. Mittlerweile hat Chat-GPT übrigens ein eigenes Premium-Modell für 20 Dollar im Monat und auch eine Schnittstelle. Und es existiert auch eine API für GPT-3.5-Turbo bzw. GPT-4-Turbo, die empfohlen wird. Diese Woche wurde dann auch GPT-4 offiziell vorgestellt und die Zahlen haben sich dann nochmal ein bisschen geändert. Wir nehmen hier erstmal als Grundlage GPT-3 für unsere Berechnung bzw. eben Chat-GPT zur Demonstration der Kosten. In der API von Chat-GPT kosten eine Million Tokens etwa 2 Dollar. Ein Token ist im Schnitt etwa drei Viertel eines Wortes. Das Video von letzter Woche, damit ihr ungefähr ein Maß habt, hatte übrigens 2368 Wörter im Skript. Ich kann also etwa 158 dieser Skripte für einen Dollar verarbeiten. Aber woher kommen eigentlich diese Kosten und was sagen sie aus? Aber übrigens, wenn du dich für diese Thematiken interessierst, auf meiner Bootstrap Academy haben wir mittlerweile einen Großteil der Inhalte des gesamten Informatikstudiums. Von Programmieren über KI bis zu Cyber Security und Hacking. Das meiste davon ist komplett kostenlos. Seit neuestem gibt es auch Webinare, die nicht nur ich halten kann, sondern auch ihr, sofern euer Level hoch genug ist. Wenn ihr schon Prüfungen abgeschlossen habt, zum Beispiel in der Uni oder bei der Ausbildung, schickt mir gerne euren Lebenslauf bzw. eure Informationen und ich schalte euch direkt frei. Dann könnt ihr euch auch ein paar Morphcoin verdienen. GPT-3 hat unfassbare 175 Milliarden Parameter in ihrem neuronalen Netz. Das sind Werte, die man anpassen kann und trainieren kann. Durch diese Parameter können Informationen gespeichert werden, wenn auch stark lückenhaft natürlich. Und je mehr Parameter, desto mehr Informationen können gespeichert und in einen Zusammenhang gesteckt werden. GPT-4 soll mit 100 deutschen Billionen, übrigens also englischen Trillion, Parametern so viele Gewichte ungefähr haben wie das menschliche Gehirn. Was übrigens nicht heißt, dass es dasselbe ist. Das menschliche Gehirn funktioniert grundlegend anders. Mit circa 500 Milliarden Tokens, also etwa 375 Milliarden Wörtern, wurde GPT-3 dann wirklich trainiert. Das sind etwa 570 Gigabyte Trainingsdaten laut dem Paper. Allerdings waren das Ganze vor einer Filterung etwa 45 Terabyte an Daten, die gesammelt wurden. Die Daten werden beim Training nach und nach durch das gesamte Netz gejagt. Es wird berechnet, was das neuronale Netz ausspuckt. Ein Fehler wird berechnet und dieser Fehler wird durch Backpropagation genutzt, um die 175 Milliarden Parameter anzupassen. Insgesamt gibt OpenAI in ihrem Paper an, dass das Training unfassbare 3640 Petaflop-Tage gedauert hat. Das sind Tage, also volle 24 Stunden, in denen ein Petaflop dauerhaft an Rechenleistung genutzt wird. Ein Flops ist übrigens eine Floating Point Operation pro Sekunde und gibt ganz gerne mal an, wie stark eure Grafikkarte ist. Also, das ist eine Berechnung mit einer Gleitkommazahl pro Sekunde. Es sollte klar sein, dass OpenAI nicht wirklich 10 Jahre an GPT-3 trainiert hat, aber lasst uns das mal wirklich runterbrechen. Meine Grafikkarte, die RTX 3090, also eine der stärksten Consumer-Karten auf dem Markt aktuell, schafft insgesamt 0,56 Teraflops. Also, Flops, Floating Point Operations pro Sekunde, Tera, ne, Faktor vorne dran. Ich bräuchte also ca. 1785 RTX 3090, die fast 10 Jahre durchlaufen, um das Training von GPT-3 zu machen. Dazu kommt noch, dass ich vermutlich nicht davon ausgehen kann, dass ich wirklich die Maximalleistung der Grafikkarte nutzen kann. Denn immerhin müssen diese 1785 PCs oder Grafikkarten sich untereinander abstimmen. Sonst bringt das eben wenig und das ist oftmals auch ein Bottleneck. GPT-3 wurde aber nicht auf RTX 3090 trainiert, sondern auf Nvidia V100 Grafikkarten. Das steht so offiziell im Paper drin. Da die wiederum aber einige Tensor-Kerne hat, also eine Art Chip, die speziell für KI sehr viel Performance liefern, schafft die Karte bis zu 125 Teraflops. Mit einer solchen Karte dauert dann das Training sogar nur noch etwa 80 Jahre. Yay! Jetzt kann man natürlich auch hier das Training wieder skalieren, und zwar über die Batch Size. Also, wie viele Trainingsdaten gleichzeitig zum Training genutzt werden. 3,2 Millionen waren das, um genau zu sein, im Fall von GPT-3. Und dadurch lassen sich massiv viele Nvidia V100 Karten gleichzeitig nutzen. Und hier kommt die Kollaboration mit Microsoft ziemlich nützlich zum Tragen. Microsoft ist einer der größten, vermutlich sogar nach Amazon der zweitgrößte Cloud-Anbieter, in deren Sortiment befinden sich genau solche Grafikkarten zu mieten quasi. Also ein gewisses Sortiment an GPU-Servern. Um genau zu sagen, die NCV3-Serie, also die Server-Reihe, mit V100 Grafikkarten und speziellem Fokus für AI, scheint hier wahrscheinlich genutzt worden zu sein. Laut der Microsoft-Preistabelle kosten hier diese Server 12,24 Dollar pro Stunde und enthalten vier V100 Grafikkarten auf einmal. Ein bisschen was kann ich sparen, wenn ich drei Jahre im Voraus die Server miete und auf monatliche Zahlungen wechsle. Okay, also ich will in drei Jahren fertig trainiert sein. Dann brauche ich nach meiner obigen Rechnung etwa 27 V100 Grafikkarten. Da in so einem Server vier Stück drin sind, brauche ich also sieben Server. Das Problem ist, dass wir davon ausgehen können, dass mindestens 50% Rechenkapazität für den Kommunikations-Overhead eben draufgehen. Das ist ein grober Richtwert, den man eigentlich immer hat und der ist eigentlich sehr, sehr optimistisch geschätzt. Andere sagen sogar, man hat nur so 20 bis 25%. Wir brauchen also mindestens 14 dieser Server für drei Jahre oder 14 mal 36 Monate. Also wenn alles gut läuft und wir wirklich mit dieser optimistischen Rechnung klarkommen, 2,4 Millionen Dollar. Und wie gesagt, das ist sehr optimistisch. Viele schätzen die Kosten auf etwa 5 Millionen Dollar, also 75% Rechen-Overhead. Hier macht natürlich ein Partner wie Microsoft extrem viel Sinn. Da GPT-4 etwa das 571-fache von Trainingsparametern von GPT-3 hat, könnt ihr euch ausmalen, wie teuer das ganze Training hier also insgesamt werden kann. Offizielle Zahlen gibt es nicht, aber 3 Milliarden habe ich schon an manchen Stellen gelesen. Denn die Serverkosten bei Microsoft, die sind aktuell diese Zahlen. Also das wäre schon ziemlich verrückt, wenn man das wirklich bezahlen möchte. Aber natürlich zahlt Microsoft bei Nvidia nicht den vollen Preis für deren Grafikkarten und natürlich zahlen die für ihre eigenen Server nicht den vollen Preis. Das macht es dann doch wiederum erschwinglicher. Zu den Kosten im laufenden Betrieb finden sich übrigens kaum Ressourcen. GPT-3 wurde grob auf etwa 500 Milliarden Tokens trainiert und würden einen normalen Menschen etwa 5 Millionen Dollar im Training kosten. So ganz, ganz grob. Dann wären das Kosten von einem Cent pro 1000 Tokens im Trainingsdatensatz. Das heißt aber leider nicht sehr viel, denn beim Training geht man die Daten mehr als einmal durch. Meist hatte ich in meinen neuronalen Netzgeschichten immer 10 bis 30 Epochen, also bis zu 30 Mal alles durchgehen. Und dann kommt ja noch das Lernen an sich als Berechnung oben drauf. Das heißt, wie viel Ressourcen frisst mein Anpassen der eigentlichen Gewichte, die Fehlerberechnung und so weiter. Das sind viel zu viele Ungenauigkeiten, um hier wirklich genau etwas sagen zu können. Wir können also nur grob schätzen, dass die API ein bisschen mehr als die Kosten abdeckt. Also mehr als 150 Videoskripte für einen Dollar verarbeiten ist schon jetzt eine reale Sache und könnte prinzipiell damit auch problemlos auf hauseigener Hardware machbar sein. Aufgrund dieser unfassbar hohen Kosten für das Training gibt es hier aber einige Tipps. Aber auch natürlich Resultate aus diesen Kosten für junge Data Scientists oder auch für die alten Hasen unter euch, die in diesem Bereich loslegen wollen. Behaltet an dieser Stelle im Kopf, diese Kosten beziehen sich ausschließlich auf das Training der KI. Das Entwerfen, das Coden, das Datensammeln, Datensortieren, das ist alles noch nicht mal ansatzweise dabei. Und da sind die Kosten sogar meist noch höher, als überhaupt diese KI trainieren zu lassen. Daher ergeben sich einfach einige Limitierungen, die man im Kopf behalten muss. KI in diesem Umfang ist aktuell riesigen Firmen vorbehalten, die lustigerweise auch die sind, die an solche Daten überhaupt kommen können. Ich als Startup mit der Academy zum Beispiel kann natürlich niemals an dieses Ausmaß an Daten kommen. Staaten kommen nicht mal mit der Regulierung hinterher. Daher dürfte klar sein, wem die Zukunft hier gehört. Microsoft, Google, Facebook und Apple, die arbeiten da alle schon dran. Aber auch Baidu zum Beispiel arbeitet an einer eigenen Lösung. Als Startup bleibt euch sinnvollerweise wenig übrig, als eben deren APIs zu benutzen. Alles andere wäre kaum finanzierbar oder realisierbar. Aber auch die Forschung stößt hier einfach an ihre Grenzen. An so eine Rechenleistung zu kommen, ist oftmals gar nicht so einfach, selbst wenn man zu einer Universität gehört. Das gesamte KIT, die Uni, an der ich studiert habe, hatte im Jahr 2021 ein Budget von einer Milliarde Euro ganz grob zur Verfügung. Was übrigens wirklich immens ist, von dem aber auch Gehälter und alle Studiengänge finanziert werden müssen. Nicht nur ein Large Language Model. Ein Modell für 3 Milliarden ist also ziemlich sicher nicht drin. Laut Nvidia hatte die V100 übrigens auch einen Verbrauch von etwa 250 Watt. Das entspricht ganz grob für das gesamte Training 350 Terawattstunden. Um euch da die Größenordnung zu zeigen, das entspricht dem, was 52 Atomkraftwerke in einem Jahr produzieren. Oder etwa dem, was ganz Deutschland in einem Jahr an Strom frisst. Ganz grob gesagt. Also wirklich sehr, sehr grob hier. Deswegen liest man hier auch natürlich häufiger mal Artikel darüber. Und ja, ich habe keine Ahnung, ob der Strom dafür aus regenerativen Energien gewonnen wurde. Aber man sollte das auf jeden Fall im Kopf behalten. Das Ganze soll euch aber auf keinen Fall entmutigen. Denn wenn sich eine Sache gezeigt hat, dann, dass sich die Dinge aktuell drastisch ändern. Allen voran die KI-Chips. Für KIs werden aktuell häufig Grafikkarten benutzt. Aber selbst neuere Smartphones enthalten oft schon eine KI-Einheit. Eine Tensor Processing Unit. TPUs sind von Google entwickelte Chips, die speziell für Matrix-Multiplikationen sehr viel Leistung bringen. Und Nvidia hat mit ihrer Volta-Reihe eine Chip-Reihe geschaffen, die auch extra für das Training genutzt wird. Und da sehr viel mehr Leistung bringt. Das Lustige ist, dass Nvidia erst seit 2013 daran arbeitet. Und die erste Volta, also die V100, von 2017 stammt. Das ist noch nicht lange her. Das sind sechs Jahre. Der Nachfolger, die A100, ist bis zu 4,2 Mal so schnell wie die V100 und erschien zwei Jahre später. Und die H100 wurde bereits vorgestellt und soll zehn Mal so schnell sein wie der Vorgänger, die A100. Also 42 Mal so schnell wie die V100. Aus ganz grob 5 Millionen Dollar Trainingskosten werden also ganz grob 100.000 Dollar Trainingskosten in nur circa sechs Jahren. Denn vor sechs Jahren ist die V100 erschienen. Der Markt ist also noch verhältnismäßig extrem jung und wir können vermutlich große Schritte erwarten, sodass vielleicht oder hoffentlich ein Modell wie GPT-3 gar nicht mehr so fern ist für einen normalen Konsumenten wie uns. Aber ich will hier keine Vorhersagen treffen, denn hey, KI wird aktuell zum Entwickeln von Chips genutzt, die KI am Ende dann auch wieder bauen. Was in den nächsten Jahren passiert, das kann, glaube ich, niemand wirklich vorhersagen. Es bleibt aber sicherlich spannend. Was meint ihr? Was ist für euch das Beeindruckendste an der ganzen Thematik? Oder lässt euch das alles kalt?